Hallo und herzlich Willkommen in meinem Kanal. Mein Name ist Garderol und das sind unsere Highlights im März. Wolltet ihr mich schon immer mal auf Drogen fahren sehen? Dazu bekommt ihr Gelegenheit schon vor dem Release vom Safety Driving Moto. Natürlich geht es weiter mit den besten Simulatoren, unter anderem den Landwirtschaftssimulator 2013 im Single und Multiplayer. Multiplayer ebenfalls bei Minecraft mit ein paar Änderungen dank eurer Vorschläge bei unserem Megaprojekt. Und natürlich darf auch bei den Classics einer nicht fehlen, Sid Meier's Railroads, ab sofort mit den Multiplayer-Karten. Und auch die neuesten Spiele sind dabei, in diesem Monat das Highlight schlechthin SimCity 5. Der Flughafen-Feuerwehr-Simulator 2013 ebenfalls in unserem Simulator. Highlights um 15 Uhr. Und natürlich etwas Neues, Pizza Connection 2 und zwar Let's Fail. Ihr habt es euch gewünscht, ich zeige alles. Ja, wo wir gerade von alles sprechen, alle Termine, alle Infos, alle Startzeiten in unserem Sendeplan, events.moinfos.de. Gute Unterhaltung!